Was geht ab, YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser kleinen Livestream-Ankündigung. Und zwar spielen wir heute mein kleines Community-Minecraft-Projekt Live in the Woods Kingdom. Spielen wir heute im Stream. Ich hoffe, ihr seid trotzdem alle da, obwohl es Minecraft ist. Mir macht das Projekt sehr viel Spaß. Wir sind mit vielen Leuten da und in dem Sinne, 20 Uhr, ihr wisst Bescheid. Link zu meinem Twitch-Kanal hier unten in der Videobeschreibung. Da irgendwo. Und ja, wenn da ist, wenn ihr trotzdem eingeschaltet. Ich sage Tschüss. Und bis heute Abend, ihr kleinen Schlingel.